Ja, herzlich willkommen zu dem Kanal Mr. Computerraum. Wir beschäftigen uns mit Videos im Fachbereich Wirtschaft und Kommunikation. Das Fach hieß früher jahrelang anders. Zuerst hieß es Wirtschaft, dann hieß es davor KTB, dann nochmal davor hieß es KBB und jetzt heißt es eben WIC. Mir wäre lieber gewesen, wenn wir das anderes genannt hätten, zum Beispiel Rechnungswesen und Informationstechnologie, Computer organisiert, lernen und anwenden. Allerdings hätten wir dann wahrscheinlich aus der Schweiz Anfragen bekommen, wer es denn erfunden hat. Gut, ja, dann machen wir weiter mit dem Überblick. Das Fach WIC ist eines der berufsorientierenden Wahlpflichtfächer, BO abgekürzt. Und die anderen beiden Fächer sind Technik und Ernährung und Soziales. Und ja, ich mache hauptsächlich Videos über WIC im Bereich CAD. Habe ich zwar auch ein paar Videos drin, aber die sind nur zweitrangig. Für alle drei Fachbereiche gibt es insgesamt fünf Stunden in der siebten Klasse. Das erklärt auch, warum Technik und Ernährung und Soziales zweistündig ist und WIC nur eine Stunde hat, wobei der Lehrplan für mehr Stunden ausgelegt ist. Also da hat man dann gerechnet und gesagt, fünf geteilt durch drei. Und das ist dann auch das, was im Lehrplan an der Stoffmenge drin ist. Ja, und wir müssen dann jedes Jahr schauen, wie wir das Ganze entsprechend abkürzen können. So, wie geht es jetzt weiter? Du stehst hier kurz vor der Wahl, dich zu entscheiden, nach der siebten Klasse, wie es denn in der achten Weite geht. Also WIC, Technik oder Ernährung und Soziales. Und ja, ich versuche dir mit dem Video hier, da die Entscheidung dir etwas zu vereinfachen. Zuerst muss man mal sagen, in der siebten Klasse haben wir eine Stunde und dann geht es weiter, achte, neunte Klasse mit vier Stunden. Falls du noch eine zehnte machst im M-Zug, da ist es dann wieder dreistündig. Aber ansonsten ist es nächstes Jahr dann vierstündig. Und zwar vier Stunden am Stück, nicht irgendwie aufgeteilt, zweimal zwei Stunden. Und es wird auch immer so eine recht lange Zeit. Ja, dann in der siebten Klasse, hauptsächlich macht man da so vier Teilbereiche, Dokumentengestaltung, Internetanwendungen, kombiniert mit Planen und Organisieren. Das sind so diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die du da machst. Und natürlich die Texteingabe. Aber in den weiteren Jahrgangsstufen, da kommen einige Lernbereiche mehr hinzu. Ja, da sind es noch ein paar mehr, aber wir haben natürlich auch mehr Zeit. Und von daher können wir natürlich auch mehr schaffen. Ja, was sich hinter diesen bunten Symbolen verbirgt, das stelle ich jetzt im Einzelnen vor. Los geht's mit der Dokumentengestaltung. Das kennen wir ja schon aus der siebten Klasse. Also hier werden wir uns weiterhin beschäftigen mit Plakate gestalten, Flyerstellen, Mappengestalten, also mehrseitige Dokumente oder so kleine Handzettel oder Visitenkarten. Je nachdem, also es wird alles gestaltet, was wir gestalten können. Dann Lernbereich Internetanwendungen. Ja, schauen wir uns so Internetportale an, die wir für den Unterricht verwenden können. Was geht von den Internetdiensten für Gefahren aus? Welche Vor- und Nachteile haben die, wenn wir uns anschauen, dann natürlich planen und organisieren. Das kennst du ja teilweise schon. Ist auch wichtig im Hinblick auf ein Quali in der neunten Klasse. Also die Projektprüfung wird Teil des Qualis sein. Und da ist es dann wichtig, dass man gut planen und organisieren kann, dass man Schritt-für-Schritt-Anleitungen verstehen kann oder selbst erstellen muss, um mit denen dann entsprechend umgehen zu können. Ja, was wir immer noch haben, ist Tastschreiben. Ab der achten Klasse wird es dann etwas knackiger. Da steigen dann die Anschlagszahlen, die man in zehn Minuten schaffen muss. Also in der achten Klasse sind es 1200 Anschläge. Am Ende vom Schuljahr natürlich, nicht gleich am Anfang. Und am Ende von der neunten Klasse solltest du 1400 Anschläge erreichen. Dazu werden auch noch so ein paar Schreibregeln behandelt, wie man etwas schreibt, wie man richtig etwas schreibt. Also zum Beispiel, dass nach einem Punkt ein Leerzeichen folgt. Das wäre zum Beispiel eine Schreibregel. Ja, und dann kommen wir gleich in der achten Klasse zum neuen Lernbereich, nämlich die Tabellenkalkulation. Und da mache ich einfach ein kurzes Beispiel, damit man sich das besser vorstellen kann. Also ich habe jetzt hier ein Tabellenkalkulationsprogramm aufgemacht. Ich habe jetzt hier mal beispielsweise die Ergebnisse einer Probe dargestellt. Also hier sind die Noten und dann die Anzahl, wie oft welche Note erreicht worden ist. So, und das Ganze wollen wir jetzt bildlich darstellen, indem man einfach diesen Teilbereich hier, in diesem Bereich hier markiert. Dann sagt man einfügen, Diagramme, ja, passt. So ein Diagramm, okay. Und fertig ist mein Diagramm. Und hier kann ich jetzt ablesen, wie oft ist da 1 hervorgekommen, wie oft ist da 2 hervorgekommen. Also das, was hier steht, habe ich hier bildlich umgesetzt. Die Überschrift passt noch nicht. Noten, Verteilung. Und fertig ist mein Diagramm. Also eigentlich ganz einfach. Ja, dann ein weiterer Lernbereich ist das Präsentieren. Das ist natürlich auch notwendig zu beherrschen, gerade im Hinblick auf den Quali, weil hier auch natürlich eine Präsentationseinheit ansteht. Und du lernst entsprechend mit einem Präsentationsprogramm umzugehen. Wobei das nicht immer so langweilig sein muss. Kann auch Spaß machen. Hier gibt es zum Beispiel ein Beispiel, was man mit einem PowerPoint-Spiel, mit einer PowerPoint-Präsentation noch machen kann. Man kann nämlich zum Beispiel ein Spiel daraus erstellen. Also ich befinde mich jetzt gerade in einer PowerPoint-Datei. Man glaubt es nicht, aber es funktioniert auch so. Ich klicke jetzt hier mal auf Start und schon befinde ich mich mitten in so einem Labyrinth und muss mit meinem Mauszeiger schauen, dass ich hier unbeschadet durchkomme. Wenn ich irgendwo hinkomme, dann komme ich zu einer Folie verloren und ich kann es aber nochmal starten und nochmal probieren. Probieren wir es mal nochmal, also nirgends hinkommen, aufpassen auf die Spitzen und dann komme ich hier zu meinem Ziel und ins nächste Level. Und hier muss ich wieder aufpassen, dass ich nirgendwo anstoße. Dann kommen wir zum Lernbereich Berufsorientierung. Hier schauen wir uns in dem Teilbereich genau an, was läuft denn draußen in den Betrieben. Wenn es um Büroanwendungen geht, dann auch, wie schauen die Bewerbungsunterlagen aus oder sollten sie zumindest aussehen. Dann natürlich wieder, wie läuft ein Projekt ab, auch draußen in der Arbeitswelt, wie werden da Projekte organisiert. Und ja, letztendlich geht es darum, auf die Projektprüfung hinzuarbeiten, die dann in der neunten Klasse ansteht. Und Lernbereich mündliche und schriftliche Kommunikation, das gibt es schon ewig lang in diesem Fach. Also früher hat man halt dann Briefe geschrieben und neu ist dann E-Mail schreiben oder auch Telefonate führen, wie man das richtig macht. Und ja, auch wie man ein Bewerbungsschreiben richtig aufsetzt, was dann da der Inhalt sein soll, um entsprechend Aufmerksamkeit zu erregen, um vielleicht zum Vorstellungsgespräch eingeladen zu werden. Ja, dann haben wir noch einen Lernbereich, Layoutgestaltung und Druckerzeugnisse. Das ist eng miteinander verbunden mit der Dokumentengestaltung, aber in dem Bereich geht es dann eben darum, wie gestaltet wird. Also wie ist der Kontrast der Schrift, ist die Schrift groß genug, welchen Abstand hat die Schrift zum Bild. Gibt es Seitenränder, gibt es Überschriften, die auf jeder Seite unterschiedlich sind oder sollte man die Überschriften alle gleich formatieren. So wird dann praktisch in dem Lernbereich vorgegangen. Nächster Lernbereich ist die kaufmännische Grundbildung. Früher war es hauptsächlich Buchführung, aber man geht jetzt eigentlich mehr schon so in Richtung wirtschaftliches Handeln. Also wann hat man Gewinn, wann hat man Verlust? Und in der 9. Klasse kommt dann auch wirklich das Rechnen mit Konten dran, so dass man so ein bisschen eine Ahnung von Buchführung bekommt, von mir später auch dann vielleicht entscheiden möchte, ist die Arbeit im Büro, ist das was für mich? Macht mir das kaufmännische Spaß? Ist das der Teilbereich Buchführung für mich etwas? Und da kann man hier schon mal ganz gut reinschnuppern und schauen, ob das was für mich ist. Ja, dann die EDV-Grundlagen, werden wir uns nochmal genauer anschauen. Was sind Dateiformate oder was ist ein guter Virenschutz, was sind gute Passwörter und wie sichert man sich am besten seine Daten, dass sie nicht verloren gehen oder dass jemand anders dran rankommt. Das machen wir dann in EDV-Grundlagen. Ja, dann haben wir noch einen Teilbereich Bildbearbeitung. Da werden wir uns anschauen, was man mit Bildern so machen kann. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel. Links oben ist das Originalbild und hier sieht man dann, das Bild kann man entsprechend zuschneiden oder man kann es drehen oder man kann den Inhalt des Bildes freistellen oder man kann hergehen und die Transparenz heruntersetzen und dann wird es etwas durchsichtig. Und das ist der Teilbereich Bildbearbeitung. Ja, und dann kommen wir auch schon zum Ende und fasst nochmal zusammen. Was will dieses Fach überhaupt? Also es möchte eine multimediale Grundbildung bieten, dass du dich mit bestimmten Programmen auskennst, dass du bestimmte Fertigkeiten hast, wie speichere ich zum Beispiel richtig etwas ab. Dann eine kaufmännische Grundbildung, dass du schon mal so eine richtige Ahnung hast, worauf lasse ich mich ein, wenn es heißt, in meiner Ausbildung später kommt mal Rechnungswesen. Dann sollen die Kommunikationsfähigkeiten ausgebaut werden, dass du eine E-Mail entsprechend schreibst, dass die E-Mail auch entsprechend normgerecht aussieht oder dann auch verschlüsselt übertragen wird und dann letztendlich die Berufsorientierung, weil dir dann letztendlich dieses Fach eine Möglichkeit aufzeigen soll, wo es dann später vielleicht beruflich hingehen soll. Okay. Okay.